Hi, ich bin Andreas, ich bin Andreas, schön, dass ihr da seid. Ich bin gerade wieder zurück vom Studio, das Fitnesscenter, da habe ich jetzt Sport gemacht, Ausdauersport. Und ich wollte hier jetzt auch heute wieder halt ein Zudi machen und da sind heute wieder Tomaten drin, dann Apfel, ja, ein halber Apfel, Muskatnuss und eine Banane für die Sämigkeit und halt Wasser. Da wollen wir mal beginnen. Jetzt kommen die Chomaten da rein, zwar mal ganz, nicht so halb geschnitten, noch ganz. Und der Fädelapfel, noch einen halben Apfel, mache ich jetzt mal, schau dich mal schon dran. Und den Fädelapfel rein. So, das war zu viel, dann nehme ich es noch. Ich muss mich mal, ich muss mich mal anschauen. Also, wir machen jetzt mal ein Schlimmer. Deswegen nehme ich mal. Jetzt den schnell probieren, weil, liebe Tari, meine Kamera-Riech ist leer. So, schnell probieren. Schmeckt sehr lecker, mit Moskakos. Ihr Gefallen habt doch hoch, falls nicht da runter, in den Kommentaren euch ihr gewünscht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.